Die Veranstaltung sollte dazu beitragen, dass unsere Beschäftigten etwas machen, was ihnen richtig Spaß macht neben der Arbeit, nämlich Fußballspielen. Die Stimmung ist spitze. Ich finde, ganz viele Leute sind total vergnügt, haben richtig Spaß bei der Sache und spielen richtig stark, zu stark zum Teil für mich. Die Stimmung ist heute hier wunderbar. Super Stimmung, vor allen Dingen die Teilnahme und wie die Mitarbeiter sich auch hier so beteiligt haben. Die Fußballtruppe ist Teil unserer Betriebssportgruppe. Ich bin eigentlich jedes Jahr dabei und es macht mir immer sehr viel Spaß und Freude, die Jungs anzuspornen. Und wenn wir gewinnen würden, ist das immer ganz gut. Das hat heute nicht geklappt, aber dabei sein ist alles. Mein Name ist Giuseppe und ich bin sechs Jahre alt und ich bin hier, weil mein Papa bei Fahretia arbeitet und ich mag Fußball. Wir hatten heute sehr viel Spaß und wir haben fünf Tore geschossen. Uns hat es sehr Spaß gemacht hier. Es gab hier gutes Essen, gutes Trinken und die Atmosphäre ist sehr gut hier. Ich habe mit Kollegen von Peilen gesprochen und von Kollegen von Neuburg kennengelernt und das war sehr gut. Ganz viele waren motiviert und fragen auch danach, ob es das nächstes Jahr nochmal geben wird. Ganz klar, ja. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020